Jetzt geht es barrierefrei. Von Livorno geht es jetzt nach Olbia, Sardinien. Aufzüge hier auf jeden Fall vorhanden. Jetzt checken wir ein in die barrierefreie Kabine, wenn es klappt. Also wir sind jetzt angekommen. Hier bei der Mobile Line gibt es tatsächlich barrierefreie Kabine. Die sind geräumig, man kann sich drehen. Und der Hammer ist, es gibt sogar ein barrierefreies Bad hier drin. Mit Haltebügel ist alles da. Man sieht, es gibt keine Barrieren hier. Viele Anlaufschwierigkeiten. Also beim Einchecken lief hier gar nichts recht. Obwohl wir es angemeldet haben, auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt, wussten wir hier gar nicht Bescheid, dass ein Rollifahrer kommt. Barrierefrei. Die kleine Stumpfe. Wien ist so alt wie die Fähre. Wir haben den Kaffee gebracht. Der Service ist hier so gut. Da ist so windig, da haut es über Löffel weg. Mobile Line. Hier Cappuccino. Ob der schmeckt, den testen wir jetzt mal. Ganz schön kitschig alles hier. Jetzt macht es bei dieser Barrierefrei-Team normal. Zum Rollen.